herzlich willkommen bei online fitness coaching in diesem video möchte ich kurz meine erfahrungen mit diesem balance board von klar fit darlegen gleich mal info vorab wir haben keine kooperation mit klar fit ich habe mir das balance board tatsächlich selber gekauft und jetzt auch schon seit drei jahre im einsatz und zwar folgendes es handelt sich dabei wenn man hier in meinen online shops zum beispiel amazon oder otto und so weiter sucht merkt man relativ schnell dass es das identische board von unzähligen verschiedenen marken gibt vermutlich gibt es hier einen hersteller der das ganze als auftragsware produziert und die sehen immer gleich aus daher kann gut sein man findet das exakt gleiche board auch noch mit von einer anderen marke so wir schauen uns das mal an dass es unten ist ja dieser sockel verschraubt und auf dem das wackelt wie man sieht und daher entsteht ja auch diese diese bewegung so ziel ist es natürlich hier seine gleichgewicht sind die tiefenmuskulatur zu trainieren um hier verschiedene übungen auf dem balance board auszuführen beziehungsweise am anfangen als ersten schritt ist erstmal überhaupt gerade auf dem balance board stehen zu können ohne dass es die ganze zeit auf eine seite oder die andere umkippt das funktioniert sehr sehr gut mit dem balance board ich habe das wie gesagt lange gemacht zum einen um die tiefenmuskulatur nach einer ob knieoperation zu verbessern und zum anderen aber auch um kraftübungen zu machen und bis jetzt bin ich wirklich sehr zufrieden da hat sich überhaupt nichts gelockert alles fest verschraubt ja das war es auch schon unter dem video in der video beschreibung findet ihr einen link wo man dieses produkt kaufen kann ich hoffe es hat euch weitergeholfen und bis bald und bis bald und bis bald